Hallöchen Freunde und herzlich Willkommen zu Star Citizen. Ja, also, guckt mal. Wir sind jetzt hier in Hurston, in Lowell. Oder auf Hurston. Sieht doch anders aus, oder? Ich kann mich nicht erinnern, dass er so vorher ausgesehen hat. Wir sind jetzt gerade hier aus dem Hotel gekommen oder aus der Unterkunft. Also, diese offene Welt hier, da kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Ich glaube, da wurde doch auch schon dran gearbeitet, oder? War doch zu irgendwie alles, ne? Na ja, dann gehen wir mal noch mal ein bisschen spazieren. Ja, ich glaube, mein Rechner wird noch ein bisschen Update gebrauchen können. Ich habe mich übrigens wieder gleich gekleidet, aber ich kann ja erst mal den Helm abnehmen. Oh. Kann ich das gar nicht hiermit? Ach, guck an. Wir haben das ein bisschen geändert. Item Action Player, mal gucken. Helm Visor. Aha. Das ist ein bisschen... Gucken. Aha. Jetzt ist ein bisschen umgelegt alles. Auf andere Tasten. Müsste also auch mal beachten. Ist nicht mehr so, wie es vorher war. Ich werde euch mal eine langsame Sequenz geben. Jetzt muss ich wieder gucken. Hier runter. Also, Lorwell ist ja immer... Interessant. So. Ich muss noch mal in den Laden rein, weil... Äh, der hat nur ein, äh... Ein Teil. Und ich möchte euch als erstes, glaube ich, das Salvaging so ein bisschen zeigen. Ich glaube, das ist so das Erste, was wir mal machen. Weil mit den Sandhöhlen... Ich muss erst mal gucken, wo die sind. Genauso wie die Flüsse. Ich meine, ich hatte jetzt einen Plan. Ich wollte... Einfach mal eine Mission auf, ähm... Auf jeden Fall auch ein Multitool. Unbedingt. Ach, ein Multitool, sage ich jetzt schon. Gesundheitsdingen, Bums. Ah, so, Waffe. Brauche ich eine Waffe? Ich habe Waffen. Ich bräuchte Moon. Moon bräuchte ich unbedingt. So, wir machen das mal eben. Ähm... Müssen ja sowieso hier rein. Wegen den Attachment. Und zwar, ein Teil habe ich, aber ist egal. Ich habe ja ein bisschen Geld, habe ich ja. Auch wenn es nicht viel ist. Warum nicht viel? Verdammt. So, ich habe eins. Ich weiß jetzt nur nicht, das kann... Das ist irgendwas... Ich weiß gar nicht, was das ist. Okay. Ich habe es mir gekauft. Ich habe es aber. Ähm... Ich brauche Moonimon. Demeko. Den nehme ich mal mit. Warum auch immer. Man weiß ja nie. Lumin. Pass auf, mit der Demeko. Das machen wir anders. Das machen wir anders. Da gehen wir drauf. Dann machen wir das so. Besser ist das. Von dem Traktor Beam kaufe ich mir auch mal noch einen zweiten, sicherheitshalber. Den nehme ich auch mit. Ich werde mir auch einen Rucksack rumtun. So. Ach, warte mal. Multitool. Hat der sowas hier auch, oder muss ich das wieder... Ansonsten fliegen wir irgendwo zum... Keine Ahnung. Und suchen mal ein bisschen. Ähm... Multitool eigentlich in... Müsste das doch auch hier geben, ne? Utilities. Da-da-da-da-da-da-da. Leser, Leser, Leser. Aber ich will gar nicht lesen. Ich habe gar kein Geld zum Lesen. Ähm... Mist. Ah, Madpen. Da haben wir nur was. Ich glaube, einen Madpen habe ich. Dann nehme ich mal erstmal einen Madpen. Und was zu trinken. Sicherheitshalber. Nehme ich auch mal mit. Hier kostet er 5. Wenn du das so kaufst, kostet er 3. Hm. Auch lustig. Okay. So, dann lasst uns mal gucken. Zack. Ähm... Kann ich den irgendwo? Ja, kann ich. Anlegen. Und den zweiten lege ich auch mal an. Dann haben wir die beiden schon mal untergebracht. Ich brauche einen Rucksack. Wir haben Rucksäcke. Das ist das Schöne. Ihr habt jetzt schon, äh... Diese Persistenz, beziehungsweise... Ihr habt jetzt hier, äh... Alles das eigentlich, was ihr auch in der Live-Version habt. Das wird da so eigentlich übernommen. Hm. Machen wir mal gucken. Können wir hier? Hm. Das ist da. Ganz nice. Dass man hier nichts anlegen kann. Ist das hier auch ein Afterback? Na. Wo ist denn der Rucksack, den ich letztens hatte? Irgendeinen kann ich anlegen. Das weiß ich. Das ist mal, ob ich mach mal hier auf Custom. Nimm mal alle weg. Und nur die Backpacks anzeigen lassen. Ja, den kannst du... Kannst du gar nichts anlegen. Das ist doof. Er braucht eine Rüstung. Das ist blöd. Das ist blöd. Aber ist egal. Zum Salvagen brauchen wir jetzt nicht großartig was. So, wir haben, äh... Midpens. Wir haben alles. Dann gehen wir mal wieder raus. Und dann werde ich mir mal meine Vulture nehmen. Ja. Wir haben alle eine Vulture. Aber ich hab sowieso eine Vulture. Achso, warte mal. Wir können ja mal eben gucken. Ähm... Da rennt auch einer. Ob dieses Salvaging-Dingsbums jetzt endlich da ist. Aber ich glaub, der war nicht hier. Wo war der denn? Ich sag ja, Lorville ist immer bei mir, äh... Sehr interessant. Das ist auch neu unten, dass ihr jetzt die Testversion eingeblendet kriegt. Aber ist nicht schlimm. Hm... Dann, warte mal. Production Line. War das hier? Ich geh mal runter. Ich guck mal. Nee, ich glaube auch nicht, ne? Oder? Boah. Oh Gott, wie sieht denn's hier aus? Man sieht ja gar nix. Nee, ich glaub, hier war das auch nicht. Ich glaub, das war, ähm... Da, wo der Admin-Stor ist, ne? Da hinten musstet ihr lang, oder? Mal hier wieder hoch. Aber machen wir das mal. Nee, ich glaub, der war hier nicht, oder? Wir schauen mal. Also, Lorville... Äh... Ich bin so viele Jahre hier schon, ne? Aber ich verlaufe mich selbst hier immer noch. Ist unfassbar. Ist unfassbar. So... Da sind wir... Genau. Hier sind wir da. Und da sind wir hier. Warte mal, dann können wir doch hier... Was ist das doch hier? Tö, 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 tö... Müsste das eigentlich hier unten sein, ne? Da hinten. Theoretisch. Da ist die Klinik. Hier ist der... Admin-Stor wollte ich schon sagen, aber... Da hinten. Oder? Gucken wir uns mal eben an. Hier ist die Bar. War das nicht hier irgendwo? Reclamation, ne, oder? Kann natürlich auch sein, dass sie alles wieder umgebaut haben. Aber ich glaube ja. Ich glaube, das war hier, ne, oder? Nee, hier ist ein Waffelladen, ne? Ausstattungsladen ist hier. Alto Belly. Was ist los hier? Nee, hier war... Müßte das sein, ja? Super. Oh, meine Entschuldigung. Die Ere ist besonders dreckig. Mein Junge. Ich würde schon mal ein Bomber. Hallo, willkommen zur Reclamation und Zufall. Mein Name ist Clovis Darneli. Es ist wunderbar, dass Sie uns treffen. Ja, mein Name ist Rocklady. Und, äh, wie kann ich dir helfen? Das ist eine excellente Frage. Ah, der gibt uns sogar Arbeit. Guckt mal. Okay, der kann nichts für uns tun. Ja, cool. Also, hier könnte er Sachen verkaufen. Naja. Geil. Hier könnte er Sachen... Aber das ist cool, ne? Also, ich finde das cool. Der redet cool. Ja, also, der Counter ist jetzt auch nicht mehr ohne Bewegung. Also, da tut sich was. Voll geil. Das gefällt mir schon. Das gefällt mir richtig gut. Also, so ganz flüssig läuft es bei mir nicht. Das sage ich ganz ehrlich. Also, was heißt ganz flüssig? Ich meine, es ist der PTO. Ich habe jetzt nicht viel erwartet, aber wir werden jetzt mal... Hat sie eine Glatze? Ich habe schon gedacht, sie kriegt eine lichte Haarstelle. So, wir gehen jetzt mal zum Spaceport. Nehmen uns mal die Vulture und dann fliegen wir mal so ein bisschen umher. Ähm... Ja. Ähm... Ja. Wir sind ja jetzt hier. Das überlege ich gerade. Ähm... Ich weiß jetzt gar nicht, kriegen wir hier... Achso, dann müssen wir wieder zu dem anderen hier rüber, ne? Ähm... Ja, ich bin nicht vorbereitet. Stell ich gerade fest. Ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Ähm... Da ist der Admin-Office. Äh... Ich muss mal eben wieder überlegen, wo ich hin muss. Ach, ist das wieder geil. Da, Metro Center, da müssen wir hin. Ähm... Sieht das hier irgendwie dunkler aus als sonst? Oder ist das irgendwie anders gestaltet? Kommt mir so unbekannt vor. So. Ähm... Ja... Dann müssen wir wieder in die Stadt. Aber ich bin nicht vorbereitet. Also wir nehmen jetzt erstmal die Vulture, so wie sie ist. Und fliegen, ähm... Mit dem Quantum Drive nach, ähm... Na, ich möchte eigentlich einen anderen Quantum Drive da reinbauen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich den hier kriege. Ich habe ja auch keine Einkaufsliste liegen. Ach, guck mal, ihr habt da auch nochmal. Das Krankenhaus. Ist das neu? Mal kurz gucken. Das ist doch neu, der Eingang hier, oder? Also von der Seite kenne ich den Eingang noch nicht. Könnte ich ja mal in die Kommentare schreiben, aber... Der Eingang ist für mich neu. Also hier habe ich noch nie einen Eingang gehabt. Das ist cool. Wenn man mal irgendwie da hinmüßt... Hä? Moment. Das ist hier alles... Die haben hier alles verändert. Die Optik ist so eine ganz andere. Cool. Das sah doch ganz anders hier aus, oder? Krass. Lassen wir uns mal überraschen. Also ich weiß zum Beispiel, das habe ich so gehört, dass... Das zum Beispiel in New Babbage die ganzen Gebäude an... Oh, das passt ja gut. Die ganzen Gebäude verändert wurden. So. Das habe ich schon mitgekriegt. Was sagt er denn? Oh, keine Anzeige. Bei dem war das nicht. War nur in New Babbage. Okay. Oder? Ne, übernehmen wir das nicht. Ja, die Folge wird vielleicht ein bisschen länger. Wir gucken mal. Also wir haben jetzt unser Tool. Ich sollte vielleicht noch eine Waffe mitnehmen. Oh, da, 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 da. Und Munion. Gut. Nimmt da gar nicht. Alter! Nein, ich wollte doch nicht... Oh. Seit wann ist der denn so kurz hier nur? Ja, ja. Dann fahren wir mal ein bisschen hin und her und gucken uns das... Also so kurz habe ich das jetzt eigentlich nicht in Erinnerung. Oh, wir gucken mal hin. Ich will wenigstens noch die Moon haben. Nimmt er gar nicht. Zack. Okay, hat er. Und zwei. Okay, zwei hat er. Für die Demeko. Was haben wir denn hier noch? Ach so, da hat er... Ach, das ist es. Ah, ich verstehe. Das könnten wir auch dran machen, aber dann könnten wir das nicht dran machen. Ja, wir bleiben auf jeden Fall drin. Ich gucke mal, ob ich mir hier noch was anderes anlegen kann. Messer. Flasche. Machen wir den Sextanten. Ein paar Place Holders. Mhm. Dann haben wir die Carrick. Die Modell. Die Coins. Das sind gar keine Messer. Ich habe gedacht, das wären Messer. Aber wo sollen wir auch Messer her haben? Wir haben ja keine. Okay. Dann. Schauen wir mal. Ich werde auf jeden Fall den Helm aufsetzen. Ah, jetzt habt ihr es auch hier wieder. Okay, dann ist das nur am Anfang gewesen. Sehr schön. Habt ihr es einmal gemacht, dann geht das auch. Jetzt werde ich nicht dran vorbeilaufen. Auf keinen Fall. Ui. Was war das? Äh, was war das? Ist der Weg jetzt länger, oder fahren wir jetzt hin und her? Ähm, irgendwas stimmt hier nicht, Leute. Wir kommen niemals an. Ich glaube, ich muss neu laden. Kann ich hier raus? Nein. Ich kann nicht raus. Die unendliche Fahrt zum Spaceboard. Ja, ist doch auch nice. War vielleicht keine gute Idee über Lorwell. Hm. Tja. Leute. Dann müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Jetzt ärgere ich mich natürlich umso mehr, dass ich drin geblieben bin. Aha. Ein 30.000er. Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.